Ist es der OMI-Token wert, den überhaupt zu besitzen und wie steht er auch im Vergleich zu anderen Tokens? Und wir klären auf jeden Fall die Frage, warum ich persönlich momentan jedenfalls keine weiteren OMI-Token mehr kaufe, aber meinen bestehenden Bestand auf jeden Fall auch nicht verkaufen werde. Das sind sehr viel mehr heute in diesem Video. Kommen wir mal zu Zielen des Tokens. Und hier nehmen wir jetzt einfach mal so ein bisschen als Vergleich, um so ein bisschen einfach mal zu schauen, okay, was ist denn sonst in Kryptospace eigentlich so unterwegs? Nehmen wir mal einfach den Bitcoin als Vergleich. Einfach hier, um mal das Ganze wirklich zu visualisieren, was der OMI-Token denn eigentlich wirklich für eine Aufgabe hat bzw. was für einen Nutzen er überhaupt hat. Denn im Prinzip kann man den OMI-Token wie so eine Art Krypto-Spielwährung nehmen, die im Prinzip ein Utility-Token ist für die Vivi-App. Wenn du nicht weißt, was das Ganze ist, schau dir auf jeden Fall hier unter dem i gerne das Video dazu an. Und das ist im Prinzip der große, große Unterschied zu vielen anderen Kryptowährungen hier. Es ist mehr oder weniger wirklich eine Komponente aus dem Krypto-Raum, die halt mit dem Nicht-Krypto, in diesem Fall der Vivi-App, verbunden wird. Und so im Prinzip auch mehr oder weniger versucht wird, natürlich Leute aus dem Krypto-Space in die Vivi-App zu holen. Und natürlich hier auch mit Staking-Möglichkeiten der Kryptowährung selbst, hier auch Möglichkeiten anzubieten, Vorteile oder auch Rewards in der Vivi-App zu erhalten. Und da ist halt auch schon der ganz große Unterschied, zum Beispiel zum Bitcoin. Denn beim Bitcoin geht es natürlich um Dezentralität. Beim Omi-Token ist das eher zweitrangig, denn es ist mehr oder weniger eine Art Spielwährung, wenn man so möchte, die halt auf Krypto-Ebene basiert und natürlich hier mit Utility versehen ist, beziehungsweise mit dem Utility-Programm, was noch kommen wird. Versehen ist dazu aber später mehr. Ob der Omi-Token wirklich durch die Decke geht oder nicht, das hängt ganz stark von der Vivi-App ab. Und das ist halt ein sehr großes Manko. Denn die Vivi-App kann ohne den Omi-Token leben, der Omi-Token hingegen nicht ohne die Vivi-App. Und das ist ein sehr, sehr großes Problem meiner Meinung nach. Und deswegen schauen wir uns auf jeden Fall jetzt in den folgenden Folien auch noch an, was den Omi-Token potenziell pushen kann, aber was an dieser Stelle auch meine persönliche Meinung jedenfalls momentan zu dem Token selbst ist. Wie schon erwähnt, der Token selbst ist von der App abhängig und an dieser Stelle zum Beispiel vom Omi-Token-Staking-Programm, beziehungsweise vom Omi-Utility-Programm. Und hier haben wir zum Beispiel einmal Utility-Punkte, die natürlich schon relativ attraktiv sind, das muss man ganz klar sagen. Sei es zum Beispiel Omi-To-Gem, womit man im Prinzip diesen Crypto-To-Gem-Weg umgehen kann. Dann haben wir zum Beispiel hier noch Omi-Staking-Wallet, wir haben das UUP-Staking allgemein mit Staking-Rewards, die wir uns gleich auch nochmal anschauen. Man kann auch Bronze-Tickets, Silber-Gold-Tickets zum Beispiel damit kaufen, die einem dann auch wieder Vorteile bringen in der Vivi-App. Also es hat schon auf jeden Fall Hand und Fuß hier bei dem Token, aber momentan halt noch nicht und das ist das große Manko. Und wie man auch sieht hier, der rote Balken, der ist fast bei keinem dieser Projekte gerade mal irgendwie in der Mitte oder bei über 50 Prozent, sondern überwiegend noch ganz am Anfang. Und das ist ein sehr großes Problem zum momentan Zeitpunkt. Sollte jedoch aber der Omi-Token hier auch umfassende Utility, beziehungsweise die Utility bekommen, die hier auf jeden Fall im UUP versprochen wird, auch in der App, dann sehe ich auf jeden Fall enormes Potenzial, denn dann bekommt der Omi-Token auch wirklich Anwendung, bekommt ihr auch eine Aufgabe, beziehungsweise auch mit den Golden- und Silver-Tickets eine sehr interessante Funktion, die auch sehr begehrt sein wird bei vielen Leuten, da diese Silver- und Gold-Tickets, beziehungsweise auch Bronze-Tickets sehr interessant sind, um diese in der Vivi-App zu benutzen. Aber natürlich ist hier dann auch wieder diese Abhängigkeit da zur App selber. Das heißt, wenn die App nicht erfolgreich wird, dann kann der Omi-Token auch nicht erfolgreich werden, da der Omi-Token halt von dem UUP abhängig ist, zu 100 Prozent, was die Vivi-App launcht. Natürlich ist es attraktiv, hier auf der Vivi-App Kauf wie auch Verkauf von Sammlerstücken, zum Beispiel mit Omi-Token zu bezahlen. Keine Frage, denn natürlich auch mit steigenden Kursen hat man da einfach einen höheren Wert pro Omi-Token und das ist natürlich dann schon ziemlich attraktiv, hier auf jeden Fall diese Kryptowährung auch in der App selbst zu benutzen. Nicht nur für Staking-Möglichkeiten, sondern auch zum Fair- und Ankauf von NFTs. Schauen wir uns nochmal die Staking-Möglichkeiten an, denn wie gesagt, die sind auf jeden Fall hier auch ein sehr großer Faktor. Man hat hier im Prinzip zwei Staking-Möglichkeiten, die meiner Meinung nach auch ziemlich cool sind und dementsprechend auch dem Token selbst enorme Utility verleihen können. Schauen wir uns das Ganze mal ganz kurz an. Es gibt einmal saisonale Rewards und einmal jährliche Rewards, wo man dann eine bestimmte Anzahl von Tickets bekommt, je nachdem, welche Tierstufe man ist. Die Tierstufe selbst bekommt man, wenn man zum Beispiel 2.500 Dollar in Omi-Staked oder 50.000, dann bekommt man unterschiedliche Tierstufen zugewiesen und die bekommen dann im Prinzip eine unterschiedliche Anzahl von Tickets sowie ein saisonales Collectible. Entweder eine Common, Uncommon, Rare, Ultra-Rare oder Secret-Rare am Ende bekommst du im Prinzip alles. Und das ist natürlich schon eine Sache, wo man sagen muss, das ist schon eine coole Sache. Das gleiche gilt ja auch für den jährlichen Reward. Dort gibt es auch ein jährliches Collectible, genauso wie UUP-Tickets jährlich. Das ist natürlich schon alles ziemlich attraktiv. Jedoch muss man wie gesagt sagen und betonen, das Ganze geht einher mit dem Erfolg der Wibi-App. Den Omi-Burn sollte man natürlich an dieser Stelle auch nicht ganz unterschätzen, ist aber an dieser Stelle tatsächlich zum momentanen Zeitpunkt auch noch ziemlich unrelevant, denn der Gesamtsupply ist bei 750 Milliarden. Davon muss man aber auch ganz klar sagen, kommen auch nicht alle in den Circulation Supply. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt in etwa bei 90 Milliarden Token, die gebrannt sind. Diese sind aber jedoch nicht aus dem Circulation Supply, sondern aus den Wallets, die in der Wibi-App sind, wovon die Tokens sowieso nicht in den Circulation Supply kommen würden. Das heißt, der Burn, der jetzt momentan stattfindet, ist zwar nett und schön, hat aber keinen Einfluss auf den Omi-Token selbst. Das kommt erst, wenn auch wirklich der Circulation Supply gebrannt wird. Und dessen sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein, der Token ist zum momentanen Zeitpunkt nur minimal deflationär durch zum Beispiel Projekte wie Canon Crysis, die halt hier einige tausend oder auch ein paar Millionen dann vielleicht rausburnen. Aber im Vergleich zu natürlich 750 Milliarden Gesamtsupply sind das halt nur Tropfen auf den heißen Stein. Um das ganze Video jetzt nicht allzu lang zu machen, kommen wir zu einem Fazit und gleich noch zu meiner Meinung, wie ich momentan mit dieser gesamten Situation umgehe und warum ich keine Omi-Token zum momentanen Zeitpunkt mehr kaufe. Der Omi-Token selbst ist ein Utility-Token und eigentlich gemacht für die Wibi-App, um dort halt das ganze Kryptowesen mit einzubringen. Man muss aber auch ganz klar sagen, damit geht natürlich eine Riesenabhängigkeit einher und macht den ganzen Token natürlich auch zu einem Hochrisiko-Asset. Dessen sollte man sich jedes Mal bewusst sein, wenn man dort Token kauft. Das kann mit einem 100%igen Verlust einhergehen, natürlich aber auch mit einem enormen Gewinn. Das weiß man leider nie und dessen sollte man sich definitiv jedes Mal bewusst sein. Nichtsdestotrotz sollte man aber, wie gesagt, auch nicht das gesamte Potenzial hier unter den Teppich kehren, denn es ist definitiv Potenzial da. Wenn man sich das gesamte Projekt, wie gesagt, anschaut, wenn man sich die Wibi-App anschaut, dann ist hier definitiv Potenzial. Wie gesagt, sollte Wibi erfolgreich werden und der Omi-Token im Jahr 2023 Exchange Listings bekommen, einige Phasen der UOPs beginnen, dann sehe ich hier definitiv enormes Potenzial nach oben. Sollten jedoch viele Dinge davon nicht eintreffen, beziehungsweise die Wibi-App an sich selber auch nicht gut laufen, dann zieht das natürlich gleichzeitig auch den Omi-Token mit runter. Das ist natürlich eine Sache, die sehr stark korreliert. Dementsprechend, man muss sich darüber bewusst sein, wenn die Wibi-App erfolgreich wird, wird sehr wahrscheinlich der Token auch erfolgreich, aber Betonung liegt hier natürlich auch nur auf sehr wahrscheinlich, denn es ist natürlich immer noch davon abhängig, wie stark die Wibi-App, beziehungsweise das Team, hier auch den Omi-Token wirklich in die App einbindet. Da muss man auf jeden Fall ganz vorsichtig sein, denn es können sich immer Sachen noch ändern, die man selber vielleicht nicht möchte, aber für die Company, beziehungsweise für die Firma, einfach lukrativer sind. Nach dem Fazit, wie gesagt, kommt jetzt nochmal meine eigene Meinung und ich möchte ganz klar betonen, das soll hier kein Omi-Fat-Video werden. Ich möchte euch einfach nur die Fakten darlegen, die momentan einfach da sind, so wie es momentan einfach ist und euch noch mal eine kurze Meinung geben, wie ich mich persönlich jedenfalls verhalte momentan. Ich persönlich halte schon seit ein paar Wochen jedenfalls die Füße still, was Omi-Kaufen angeht. Ich persönlich warte erstmal momentan ab. Ich werde meine Omi-Token aber auch nicht verkaufen. Ich habe in etwa momentan über 2 Millionen Omi-Token und dementsprechend bin ich da auf jeden Fall relativ gut aufgestellt, positioniere mich gerade in vielen anderen Projekten und gebe mich erstmal mit dieser Position auch momentan zufrieden. Und dementsprechend, ich persönlich halte meine Position momentan. Ich kaufe aber momentan auch nicht aktiv nach, solange jedenfalls nichts passiert, was das Thema UUP angeht, beziehungsweise man auch einen ordentlichen Aufschwung bei den App-Usern sehen sollte. Bis dahin warte ich erstmal ab und schnelle mich an die Seitenlinie und schaue mir das Ganze an. Ich werde euch natürlich aber selbstverständlich hier weiterhin auf dem Channel auf dem Laufenden halten, was das ganze Thema angeht und euch versuche natürlich jeden Tag Content, falls es dazu was gibt, zu präsentieren, um euch natürlich dann auch hier auf dem Laufenden zu halten. Und in dem Sinne war es das tatsächlich auch schon von diesem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like von dir unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig für deine Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Morgen-Mitical-Abend. Bis dahin, Captain. Ciao, ciao.